Hallo und herzlich willkommen zurück zu Overwatch. Wir sehen uns in Oasis im Stadtzentrum mit einem Tag. Und was soll ich denn heute schön spielen? Ich fiel eigentlich immer Tank und Board, habe ich so das Gefühl. Heute gibt's ein neuer Reaper. Neuer Reaper-Action. Ich habe ihn jetzt zur Knie ausprobiert. Heute Patch. Aber mal die OP er ist. Unbeeindruckt. Der Reaper-Tanz. Ne, das ist nicht der Reaper-Tanz. Habe ich gar nicht den Reaper-Tanz. Okay, nice, los geht's. Attack! Ich bin weg hier. Verdammt. Ich weiß, dass sie mich gesehen haben. Verdammt. Oh mein Gott. Ich muss weg. Ich muss weg hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss weg. das ist halt aber stirbt doch doch mal wo ist das ist das das ist aber weit geflogen Ich kann Reaper nicht spielen, so als Detail, als kleines Detail. Oh mein Gott, ich bin weg, ich bin weg hier, oh mein Gott. Knicken, kannst du knicken. Ja, ich überlege mir gerade auch, ob ich wieder mal Ranked aufnehmen soll, aber ich habe letztes Jahr sowieso nie mehr Ranked gespielt, seit ich eingerankt habe, da spiele ich ja immer nur, gleichen Helden ist ja zu sehen, ich weiß nicht, ist das, wenn ich, äh, macht das Spaß für euch? Ähm, wow, drei HP, Mann. Ich bin weg hier, ich bin weg hier. Ähm, ja, beschränkt ist, ob ich die nächste Runde nehme ich wahrscheinlich Ranked mal auf. Fuck! Ich wollte gerade Shift drücken. Ja, also eben, ich versuch's mal, okay, es ist, ja, als mitreden und so durch, zwar nicht so extrem konzentriert, nicht gerade so vorteilhaft für Ranked, aber, ja, ich versuch's dann mal. Kannst du knicken? Oh Gott, ich bin weg hier, ah! Verdammt! Komm schon! Ich weiß, Ripper ist eigentlich nicht so gerade direkt das Beste. Ich versuch's mit Tracer. Oh Gott! 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 weil, ja, 친구�, wir haben keinen Tank und sollte ich Ruper nehmen. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich bin schlecht, haha, Hehehe. Leche Tracer. Aber Tracer ist auch nicht so die Beste,yy! So, wow, jetzt ist der Winstern, hm, hier ist okay Wittmann, spiele nicht, meine Damen und Herren. Ich möchte nicht immer Tank spielen. Oh, Mann. Wow, Dankeschön. Warum haben wir keine? Na gut, Zen. Ja, eben, zunächst, nächstes, also übermorgen für euch, wird gerankt, bisschen. Schauen wir mal, wie das rauskommt. Wahrscheinlich nicht so gut. Aber ich gebe da mein Bestes, vielleicht bin ich dann auch ein bisschen ruhiger. Nicht ob das Stärken bringt. Ich gebe mein Bestes. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da ist was von hinten halt. Rally zu mir! Fokus auf den Objektiven! Ich nehme an den Weg! Ich nehme an den Tankschiff! Ich nehme an den Tankschiff! Heilemacher, heilemacher! Du kannst dir knicken! Ich habe alles ausgemacht! Nein, nein, nein! Oh mein Gott! Oh, ich habe es getroffen! Oh mein Gott! Ich bin fast runtergefallen! Oh mein Gott! Ich bin fast runtergefallen! Uh! Eh! Rowdy, Rowdy! Kommt sie! Ähm! Oh mein Gott! Bisschen aufregen hier! Rowdy, Rowdy! Bleib stehen! Und nicht dich! 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 Oh! Interessiert doch was hier? Oder... Sind wir ein bisschen besser aufgestellt, ne? Kommt denn der? Kommt denn der? Brache her! Oh mein Gott! 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 Lässt es mal tot in dieser Runde? Sche Kabinen! Oh mein Gott! Wow! und schrift und ist instant aber die guck er wäre sowieso stoppt so gefällt mir das doch schon viel besser da wäre jetzt eine krasse pupf ist ist hier ja prof ist wurde ja geliebt ist vertrieben aber er wurde irgendwie wenn man ptr das spiel zum absturz bringt dann mit der name der datei ist an nämlich dunkelwirbel und umf ist haben sie es genannt da war ein headshot ja du bist also es ist offiziell von glisse das offizielle ist übertrieben es ist da ein bisschen versteckt kleinen trick kann man das auch so auslesen die datei weil es nicht auswendig wie wir eigentlich immer braucht man muss das runterladen und dann sieht man von der datei den namen und shit ja aber gut in tenex während der nächste stadt sowieso du musst mich nicht hacken ja das heißt es ist ja rein rechnerisch mit den abständen die wir bisher hat mit den events und helden und shit soll das eh nächsten monat umf ist kommt abständen mit den drei monaten abständen die clubs drei waren die letzte zeit immer waren bei neuen helden ja 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 nicht dumm aber ist dumm so was gesehen glaube ich darf eine aufbildung sein oh mein gott fucking tracer geh weg hier ist mir egal oh mein gott oh merci rettet den tag dankeschön oh 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 erra headshot anferra nice live live fire läuft bei der feier gott da kam zu viel auf einmal ansitz die war und rotak ja bin ich gut da konnte ging also den gegner rotak bin ich ziemlich gut ich habe und jetzt noch bin gespannt ja kacke oh mein gott sterbe gleich kann mir jemand heile machen ja mama ich bin schon wieder heil verdammt verdammt oh mein gott oh mein gott kann jemand fucking lucio umbringen oh mein gott oh mein gott nice das war's für diesen part hat eine viertel stunde ja wenn ich jetzt doch einen anfangen dauert das zu lange war gut sind gut zurückgekommen ein paar kills gemacht war ein bisschen viel am fahr jetzt der letzte runde der letzte punkt sagen wir so war ein double kill ne war das alles war war ja richtig gut ich war gut ich habe ich habe keine ahnung wie viele peter sich gerade im moment habe schau aber war ja ja das heißt der sieg des tages ja ja okay dann geht es die nächste runde der loopbox viel like fürs zusehen ich hoffe du hast gefahren guck mal auf twitter link in der video beschreibung bis zum nächsten mal ciao ciao w w w w w w w